Wir sind das Halstenbäker Repair Café. Wir treffen uns jeden ersten Mittwoch im Monat ab 16 Uhr für circa drei Stunden. Repair Café, die Idee darin liegt, dass wir gemeinsam mit interessierten gebrauchten Gegenständen reparieren, also im Sinne der Nachhaltigkeit refuben sozusagen. Wir nutzen dort unsere Erfahrungen, Kenntnisse, nutzen unser Werkzeug. Der Interessierte kommt einfach zu uns, bringt sein Gerät mit. Wir schauen es uns an, reparieren gemeinsam oder wir selbst. Und in der Regel kann dann auch der Interessierte sein Gerät gleich wieder mitnehmen. In der Wartezeit kann er sich hier bei uns gemütlich hinsetzen, Kaffee trinken, sich unterhalten mit anderen. Und sollte es doch mal länger dauern, dann ist der eine oder andere auf Vertrauensbasis auch bereit, das Gerät zu sich nach Hause in seine Werkstatt zu nehmen, um dort weiterzuschauen, was daran liegt. Und in der Regel kriegen wir es auch, sagen wir mal, zu 70 Prozent wieder hin. Ja, also es wäre schön, wenn sich Interessierte, die sich das Zutrauen bei uns melden und sagen, okay, ich traue mir das zu, ich kenne mich aus mit Elektronik oder mechanisch. Wir haben zum Beispiel auch jemanden, der Puppen repariert, der bräuchte auch Gleichgesinnte, wo er seine Erfahrungen auch weitergeben kann. Wir freuen uns immer auf Zuwachsinteressierte. Je mehr dabei sind, umso mehr macht es Spaß. Ja, die Reparatur ist natürlich kostenlos und auf freiwilliger Basis freuen wir uns über Spenden. Wenn ihr so zufrieden wart mit der Reparatur und mit dem Restwert oder dem neuen Restwert des Gerätes, könnt ihr gerne eine kleine Spende, wir haben da so eine kleine Spendendose, da könnt ihr etwas dort reintun. Wir nutzen das Geld nicht für uns, sondern wir refinanzieren dadurch unsere Ersatzteile, unsere Werkzeug oder kaufen ein bisschen Kaffee oder Milch, dass wir da auch bewirken können.